Habe die Jungs erst spät am Abend wieder gesehen. Wir haben uns mit Teilen der Zweiten zusammengetan. Corporal Doyle hat immer noch Leute aus seiner Einheit gesucht. Von der 82. Er war weit von seinem Einsatzziel entfernt. Ja, Sir. Genauso weit wie ich von meinem in Quarantan, Sir. Das war kurz nachdem Sie, Sergeant Baker, Private Allen und Private Garnet in Foucaville einen ganzen Zug ausgeschaltet haben? Sie müssen ziemlich erschöpft gewesen sein. Tja, wann waren wir das nicht, Sir? An Gegnern scheint es Ihnen nicht gefehlt zu haben. Nein. Die haben 818 die Stadt gebracht. Keine Ahnung, wohin sie damit wollen. Wir teilen uns auf und nehmen sie in die Zange. Red, du führst eine Gruppe an. Corian und DeSola, ihr kommt mit mir. Na, klasse. Nicht jetzt, Sam. Ja, nicht jetzt, Sam. Du machst den Babysitter für die beiden. Oh, Mist. Du Arsch. Du hast ein zu großes Maul. Ich sag's jeden verdammten Tag. Ein zu großes Maul. Du könntest einen Barsch querfressen. Red, denk an das, was du gelernt hast. Nimm sie unter Feuer, nagel sie fest und geh von der Seite ran. Heute stirbt keiner von uns. Das sind ja mal gute Neuigkeiten. Oh, ich hab's schon wieder getan, weißt du? Black kommt von der anderen Seite der Stadt. Wir treffen uns wieder, wenn alles erledigt ist. Leute, es gibt Arbeit. Let's go. Let's fucking go. Da haben wir zwei Truppen. Ja. Wir haben ein Tutorial. Und Granaten. Du warst dabei, als der Sarge gestorben ist. Vorsichtig, werfe eine Granate! Danke. Sammeln! Alle hierher! Ich hab's ja gewastet. So. Wie war's denn mal? Der Pfeil war die Flanke. Und der andere war... Oh verdammt! Die schießen auf mich! Ähm. Die Flanke. Die Flanke und die andere war zum Ballern. Feuer! Vorsicht! Die schießen auf mich! So. Gar nicht! Zeigt keine Gnade! Körnock! Sperr verstürmt die Stellung! Oh, ihr wisst... Es ist eine Party. Ich bin jetzt gerade echt von der Position, um ehrlich zu sein. Gar nicht! Sperrfeuer! Da, rüber! Ja. Herr Dock! Bewegung! Wir greifen an! Oh Gott, mein Aim... Ich bin gerade überfordert. Zügel! Zu mir! Gar nicht! So, erst wenn ich alle hinkomme. So. Verstanden! Ich bin gerade, als wäre der dezent überfordert. Huch! Okay! So. Dezent überfordert. Hilfe. Oh Mist, da sind noch mehr! Weiter feiern! Weiter feiern. Den treffe ich nicht! So. Wir rufen von hier. Oh Mist! Da sind noch mehr! Das klappt nicht, Red! Da kann ich nicht hinschießen, Red! Ja. Da kann ich nicht hinschießen, ich weiß. Den treffe ich schießen auf mich! Sperrfeuer! Macht schon! Feuer! Feuer! Und ihr kommt... Ihr geht da hin? Gar nicht! Geht da hin? Bewegung! Verstanden! Schaltet sie aus! So, ihr habt eine Flanke. Ja, nicht Flanke. Ihr habt hier ein bisschen Party. Und ich komme hier von der Seite. Fragezeichen. Kann ich hier hochklettern? Nein, das ist keine Liger. Äh. Hilfe? Sperrfeuer! Gut, ihr habt hier... Ihr macht ein bisschen Ballerei, ne? Perfekt. Mist! Mist! Wir sitzen ganz in der Klammerin! Sperrfeuer! Herr Doc! Ihr pushtet schon. Schnapp sie euch! Lasst sie nicht entkommen! Abgriff! Was ist denn kaputt? Zu mir! Oh, jetzt zurück. Perfekt, perfekt, perfekt. Weiter feiern! Weiter feiern, okay, perfekt. Ihr kommt nach vorne. Sperrfeuer! Und jetzt auch mal die Chance, dann kommen wir nach vorne. Sperrfeuer! Geht über die Flasche! Gar nicht! Los! Sperrfeuer! Die Schweine! Perdeut! Und ihr kommt mit. Dritte Gruppe! Bei mir sammeln! Verstanden! Was war das? Einer weniger! Ja? Hörst! Brotter Red! Nach nach unten! Aufkoppeln! Ui! Hier sehe ich Party wieder. Mit dabei! Ach, hab ich sogar direkt perfekt. Der Kapitel nochmal nach vorne. Beeilung! Darüber! Ich muss die Erinnerung wechseln! Ich bin getroffen, Ellen! Schaltet sie aus! Er ist getroffen! Okay, perfekt. Einmal ein bisschen Party. Paddock! Weiter feiern! Bewegung! Wir reißen an! Okay, da. Hier, hier, Männer! Okay, okay, okay. Wir machen jetzt hier einfach nur ein bisschen Party. Verstanden! In der MP40, danke. So, ich weiß nicht gerade richtig, was ich mache. Ich schreie gerade nur an und hole sie alle Hirn. Gott, gespeichert. Wir haben eine MG. Ähm. Feuer auf das MG! Los! Sperrfeuer! Noch mehr! Paddock! Zu mir! Schnell! Los, los, los! Wir rennen rüber. Wir sitzen ganzen in der Klemmerin. Ähm. Sperrfeuer! Darüber! Ja. Was kommt? Sperrfeuer! Gar nicht! Los, Bewegung! Ach so, scheiße. Okay. Feuer verlagern! Feuer verlagern! Geh, immer ein bisschen Party, ne? Ich wurde nicht von der Seite, jetzt, weil, ich, 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 ich kann nicht, ich kann nicht, Mann! Hilfe! Okay. Perfekt. Ihr kommt jetzt zu mir. Ihr macht sie weiter. Gar nicht! Erledigt sie! Noch mehr, Crouch! Paddock! Ich komme noch nicht dran. Ich werde jetzt nur mit den Kommandos spielen. Ich werde selbst nicht schießen. Was war das? So. Angriff! In ihre Flanken bekommen! Verfeuer! Wir müssen in die Flanken kommen. Ja, ist mir bewusst. Mal gucken wir mal kurz einmal, taktische Karte. Die müssen wir ja auch mal benutzen. Nutzen wir so gut wie gar nicht, Chat. Guck mal. Wir haben jetzt hier zwei, zwei Gegner. Die anderen sind da vorne. Das heißt, ich kann eigentlich doch... Mach mal ein bisschen Party. Ihr macht die Baller hier rein. Und wenn das nicht, dann ich hier in Ruhe. Geh hin. Richtig? Richtig. Da von der Seite. Easy. Okay, ich komme ja nicht dran. Schade. Dritte Gruppe, bei mir sammeln! Kommt ihr hin. Oh, jetzt ist er. Ja, perfekt. Nach da drüben! Nein, nicht da hin! So. Position. Schießt auf das MG 42! Gar nicht! Okay, jetzt müssen wir kurz einmal die Karte gucken. Mal kurz die Karte gucken. Ähm. Da ist das MG. Und da sind nochmal Gegner. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich... Nach da drüben! Ja, das ist eine gute Position von hier aus. So. Die schießen auf mich! Geh gerade nah! So, hier kommt ihr hin. Perfekt. Jetzt schießt ihr mal da drauf. Was war das? So. Der sitzt ja halt wie im Wasser. Geil. Perdog! Angriff! Feuer frei! Alle aufrücken! Wir ziehen einfach von der Seite ran. Ja, ja. Perfekt. So. Feuer verlagern! Feuer verlagern! Perfekt. Haben wir. Und nun? Im Laufschritt! Okay. Gar nicht! Geht los! Geht los! Geht rüber! Bin dabei! Ja, kommt mal rüber! Huch! Ach du Scheiße! Was ist denn das? Werfe Granate! Geht über die Flanke! Sieh das? Ich werfe eine Granate! Geht über die Flanke! Verstech? Okay. Geht mal da hin! Geht mal da hin! Okay. Wart mal. Können wir zurücklaufen und einmal komplett außenrum? Das weiß ich gerade nicht. Das sehe ich jetzt von hier aus nicht, ne? Sperrfeuer! Mein Magazin ist leer! Mein Magazin ist leer! Den treffe ich nicht! Jetzt mal die Chancen drüber außenrum. Mal zurück. Ich glaube, das wird nichts, ne? Kann er mich auf dieses Fass hier drauf stellen? Ah, die sind down! Ich werde beschossen! Paddock! Los! Bewegung! Nee, das klappt nicht. Paddock! Mach mal sie kaputt! Push hier kaputt! Aber kaputt pushen! Wir müssen über die Flanke passieren! Den treffe ich nicht! Down? Down, ne? Ach du Scheiße. Dritte Gruppe! Bei mir sammeln! Gar nicht! Alle hierher! Kommen sie? Verstanden, Red! Verstanden! Okay. Ihr kommt jetzt da hin. Darüber! Schieß weiter! Okay! Ihr kommt da hin? Mal ein bisschen Dauerfeuer. Abenteuer. Sperrfeuer! Feuer! Da kann ich nicht hinschießen, Red! So. Verstanden! Perfekt! Wir haben sie da festgesetzt! Dann wir pushen von der Seite ran. Ne? Perfeuer! Paddock! Schaltet sie ab! Bei mir sammeln! Feuer! Wir haben sie da festgesetzt! Stimmt mit dir runter! Ja! Einfach draufballern! Das gehört. Wenn jetzt nicht einfach von der Seite sage, Hallo! Guten Tag! Ich bin der Takeru und ich töte euch jetzt hier. Auf entspannt-Modus. Feuer! Aus alle Samen! Macht sie fertig! Feind unter Beschuhe! So. Macht sie fertig! Geht klar! Fahrfeuer! Paddock! Aber ne, so, so. Einmal folgen. Aber der schreit auch nur die ganze Zeit rum, ne? So, jetzt die sollen zu uns rüberkommen. Kommen sie. Okay, die laufen da lang, perfekt. Die AI ist doch nicht so dumm. Ja, 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 haben wir gleich. Ja, 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 haben wir gleich. So, haben wir jetzt gleich. Müssen die hier vorkommen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben Schwerfeuer drauf. Ja, 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 haben wir SMG wieder ballern. Haben wir. Achterfesse. Verstanden. Das war das. Gar nicht. Nach da drüben. Los. So. Oh. Mal. Punkte hier. Die Munition, geben wir Munition. Munition, hier? Nein, vielleicht? Was war das? Was war das? Was wäre das? So, ihr kommt dahin. Okay. Ne, geht dahin. Ja. Ah, ein bisschen Party drauf. Weil ich könnte flankieren. Aha. Und ich gehe jetzt von der Seite ran. Ne? Drei Flanken-System. Perfekt. Perfekt. Garn, Herr Doc. Alle hierher. Kommen Sie? Ah, perfekt. Hallo? Baker ist da. Red, los, komm her. Ich bin doch da. Hier ist die Hölle los. Corian ist reingegangen und nicht wieder rausgekommen. Er lebt noch. Es ist Corian. Gutes Argument. Aber beim Konvoi sind verdammt viele Deutsche. Red, wir nehmen sie von hier aus unter Beschuss. Geht rein, holt Corian und dann greift die Laster von der Seite an. Verstanden? Los. Verstanden. Sperr, Feuer. Scheiße. Ich lade nach. Gib mir Feuerschutz. Ich lade nach. Vollkommen fest. Herr, doch. Gar nicht. Bein, die Händen. Wollen wir sie? Was dann? Was war das? Noch mehr Crowds. Dann macht ihr mal ein bisschen Party, ne? Das klappt nicht, Red. Herr, doch. Wie macht ihr? Bewegung. Sie schießen auf mich. Ich lade. Da drüben. Er macht ein bisschen Party drauf, ja? Gott, kommt der Red. Feuer. Bleibt da unten. Ich mache hier aber eine Flankenparty. Hier nochmal eine Granatenplay. Granate. Die aber komplett gefällt ist. Geht doch. Alle zu mir. Kann man sie? Oh, siehst du mir den Leichen gegengekommen. Alle, guten Tag. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da vorne hin, ne? Gar nicht. Alle hierher. Ach du Scheiße. Ich habe gerade das Haus durchsucht, als ein Laster kam. Habe ein paar von denen erschossen und mich dann in dem Scheißhaufen versteckt. Dachte, ich sei erledigt. Jetzt bist du da nicht. Sieht dich beschissen aus. Ich gehe zu Baker, um euch von da zu unterstützen. Danke, Red. Bitteschön. So. Gegner. Es war gar kein so großer Donut. Nicht größer als eine Faust. Wo müssen wir hin? Genau, wir sind jetzt dahin, ne? Die Faust muss dich schon öfter schlucken. Da gehen wir dahin. So relativ offen. Noch mehr Abis. Danke. Danke. Okay, hallo. Keine Gegner? Nicht? Ja, Party machen wir hier. Ja, machen wir ein bisschen Party. Schweres Sperrfeuer. Runter. Boom. Sperrfeuer. Okay. Sperrfeuer. Gehen wir jetzt da hin? Nach der Paddock. Dein Deckung geht. Pusch mal da hin jeweils. Danke. Geht über die Flanke. Ich gehe auch mal nach links rüber. Geht über die Flanke. Gar nicht. Schaltet die Artillerie aus. Um die Flanke. Kann das sein, dass irgendjemand hinten noch stuck ist? Ja. Paddock. Kommt her. Tatsache. Ich glaube, jemand ist stuck hinten, ne? Los. Wir pushen von der Seite, ne? Deine Schnee. Dritte Gruppe. Sammeln. Gar nicht. Weiter feuern. Der letzte Kompetenten. Ich werde beschossen. Let's go. Paddock. Los. Feuer. Der letzte. Der letzte. Ja. Ich brauche Sperrfeuer. Gehen wir euch jetzt nach da vorne? Da in Deckung gehen. Das wird's geil. Sperrfeuer. Perfekt, perfekt. So, vielleicht nach da vorne. Schnell. Los, los, los. Paddock. Alle zu mir. Was ist mit der letzten jetzt da hinten? Nehmen wir zwei hier und irgendwer. Kimmelt da ja ganz hinten irgendwo wahrscheinlich hier rum, ne? Weil es sind eigentlich drei Flanken. Was war's? Oh Gott, das war close. Was war das? Gar nicht. Zeigt keinen Paddock. Okay. Analysieren. Melody. Okay. Feuer. Hier. Planke links. Alles drüber. Perfekt, danke. Nach da drüben. Was war das? So, da haben wir natürlich einen Panzer, ne? Feind unter Beschuss nehmen. Los geht's. Er ist getropft. Gar nicht. Beeilung. Darüber. Herr Doc. Nach da drüben. Los. Gar nicht. Nach da hin. Hier irgendwie kaputt geschossen. Fragezeichen. Sperrfeuer. Macht schon. Herr Doc. Gruppe, aufrücken. Aber wir gehen links rum. Wir gehen einfach links rum, okay? Wo keine Sau ist. Danke dafür. Jetzt hier noch rumhunk, ne? Boah. Gar nicht. Feind unter... Herr Doc. Erleicht sie. Ich bin nicht hin. Feuer. Perfekt. Haben wir. Alle Mann sammeln. Die Schlappen. Verstanden. Schnappt euch das MD. Los. Feuer. Können wir dann noch ein bisschen Party machen? Ach du Scheiße. Okay. Nach vorne darf ich nicht. Och ne, jetzt. Sag nicht, ich bin jetzt extrem weit hinten. Oh nein, ich bin extrem weit hinten. Im Laufsrede Jungs. Ja gut. Selbe Spiel nochmal. Los. Runter. Sieht aus, als wäre jeder aus der Stadt auf den Kopf. Herr Doc. Sperrfeuer. Kracht schon. Sperrfeuer. 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 Die Schieße noch weg. Ja. Kannst du hier. In ihre Flammen kommen. Herr Doc. Nach da drüben. Sperrfeuer. 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 auch kein problem dann bist du schneller aber diesmal sind alle drei da das freut mir gib mir deckung meine knarre so die tod das hier ein bisschen party perfekt ein ticken stiller ihr steht euch wieder dahin die schießen auf mich feuer frei hier geht man nachher hin danke danke aber kaputt ja perfekt nach dahin weiter 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 weg zu links die hälfte weggeschossen wird dahin wir gehen jetzt von der seite ok ok einfach random draufballern perfekt schnappt euch das in die 42 an das wäre glaube ich sogar die mission gewesen aber schade anscheinend haben wir nur eine 8 8 erwischt mit der anderen sind sie uns abgehauen was ist denn mit dir passiert bin gestolpert wir sollten hier verschwinden ja 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 ja